jetzt klagen aus der vergangenheit leute setzt euch hin nehmt euch einen tee und dann starten einfach mit der quest so viele ich würde gerne mit ich würde gerne hier mit meiner mit meiner ins bundes problem ist wenn ich jetzt ich mache jetzt hier im stream auf jeden fall ein paar quests aber ich will versuchen dass der weise ist ja auch schon 82 sind schon 84 mit dem ok aber das level werde ich heute auf jeden fall in der unterschied werde ich auf jeden fall heute versuchen zu zu minimieren oder auszurichten sogar muss einfach der fucking mond ein laut klagen da tausend mal tausend mal tausend eonen ok manche gehen weg und manche bleiben wie er es gesagt hat da oben steht einfach der mondwächter so geht's wenn ihr alle geht ist das super so müssen wir gerade gegen 1 und monster kämpfen weil ich wissen will ob wir hier mit dem weisen dagegen ankommen aber ja ich mache eigentlich genug schaden und man auch hier so ein bisschen so ein bisschen magic so dass eigentlich wirklich gar nichts mehr passieren ja easy dadurch dass ich halt wirklich coole sterbeanimation dadurch dass ich mich halt wirklich selber heile das ist schon wirklich stark also der weise macht schon richtig bock auch gott will ist er denn heilin ich will ihn sofort als pet haben 10 völlig 46 das sind schöner und gleisender Hund da oben steht der Mondwächter und wacht über alles das sieht so gut aus, das sieht so geil aus er ist einfach 10.000 Kilometer groß so wofi, wo willst du, wo bringt wofi mich hin zum nächsten Schwert Trauer noch leid das geht auf jeden fall auch klar scheinbar durch meine eigenen Angriffe das ist so gut leider es ist so gut da macht man hier den und dann ist alles 150 mal stärker er ist einfach einfach gut gefällt mir richtig gut komm verschwinde verschwinde so weiter gehts mit dem Hund so haben wir ja eigentlich noch was zu essen was ist das hier eigentlich wo habe ich das hier eigentlich her Troiden weiß Magier das Revolverheld den kann man weg machen das ist einfach mal eine Karte die ich noch nicht hatte da mein Inventar ist schon wieder echt voll ne die hier muss ich mal eintauschen und die hier erst recht aber ich die ganzen gegenstände ja von der einen von der einen inni oder kann ja eigentlich nur was ist das was zum teufel ist er denn so ich bin mal gespannt was ich hier für ein für ein Crit hinbekommen mit dem Weisen das ist einfach ein Dürer Haktor leicht vertrocknet die Crit Chance ist halt nicht so hoch ne ok ok muss ich mit der hier zu Ende machen mit dem gelehrten das wird auch meine letzte es wird auch meine Mission sein Leute also den gelehrten spiele ich nebenher dann weiter ne ich könnte einfach wegpennen Leute ey so die arg aber wenn sie bleibt halt momentan nichts anderes übrig wie morgens zu zocken weil abends kommt man nicht mehr rein ne leute jetzt kommt bestimmt lässig pass auf jetzt kommt heidelin und sagt nein ja aber wir leben auf dem Mond ja diese armen Seelen dann ja 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 vertraut wirkender Schatten ja Schatten ist schon wieder im Spiel ja 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 l ja 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 und das sind die wahren seelen das sieht ihm ähnlich das ist so gut gemacht ich meine emil selbst war ja so ein sympathisant eigentlich und wie lange die einfach schon gefangen sind und wie lange die einfach schon vor und wie lange die einfach schon gefangen sind Untertitelung des ZDF, 2020 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 so 496 gibt es aber auch immer ordentlich xp